Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender, heute am Sonntag, dem 8. Dezember. Das Lied für die Woche, das Wochenlied Nummer 6 im Gesangbuch. Ihr lieben Christen, freut euch nun. Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn, der unser Bruder worden ist, das ist der lieben Herr Jesu Christ. Der jüngste Tag ist nun nicht fern, komm Jesu Christ, lieber Herr. Kein Tag vergeht, wir warten rein und wollten gern bald bei dir sein. Du treuer Heiland Jesu Christ, die, weil die Zeit erfüllt ist, Die Kunst verkündigt Daniel, so komm, lieber Emanuel. Der Teufel bricht uns gern zu Fall und wollt uns gern verschlingen all. Er tracht nach Leib, Seel, Gut und Ehr, Herr Christ, dem alten Drachen, der. Ach, lieber Herr Eil zum Gericht, lass ihn mein Haarlich Angesicht, Das Wesen der Dreifaltigkeit, das helft uns Gott in Ewigkeit.